Hallo Lola, hallo Lola, ey, komm mal her, komm mal her, jetzt hab ich Lola mal rausgefischt. So, Lola hatte dritten Geburtstag jetzt gehabt, am 7. Dezember. Ja, das wollte ich nur nochmal gesagt haben, alles Gute zum Geburtstag an Lola. Ja, und sie ist tatsächlich schon Uroma, ja, denn die in diesem Jahr geborenen sind ja schon ihre Urenkel. So, im Gehege kann man schlecht filmen, da verschwindet die immer, die ist nämlich scheu und sehr, sehr flink, auch groß inzwischen echt geworden. Na, du Rotauge, so, alles Gute zum Geburtstag, Lola. Ja, na gut, komm, 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 Lola rennt, komm, Lola rennt, renn mal, geh, jetzt will sie nicht. Ja, komm, 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 komm. Achso, wir sehen die ganzen Meerschweinchen dann nochmal in ein paar Tagen zum, ja, äh, wild, äh, Lieblingsmeerschweinchen. Tschüss.